Hallo, ich bin Alain Frunger, Mitglied der Firma 100m Staffel und auch Siebenkämpferin. Die Staffel ist für mich auch schon qualifiziert, da habe ich mich riesig auf die schöne Olympia ausgeführt. Mein Verband hat mich auf das Swiss Olympic Athlete-Karrierprogramm aufmerksam gemacht. ADECO Schweiz unterstützt uns Athleten bei beruflicher Karriereplanung und Stellvermittlung. Ich bin sehr froh mit ADECO einen kompetenten Partner auf meiner Seite zu haben. Im Team Avali sind vor allem viele Spitzersportler, die viel Verständnis haben für meine doppelte Karriere, also Arbeiten und Sport. Sie haben viel Verständnis für meine Trainings- und Trainingslager und Wettkampfplanung. Ich bin topfeiter, gebe alles, dass ich dort auf der Bahn stehe. Danke vielmals für den Support. Tschüss zusammen! Das beweger ist für meinefiguren, die mehrere Produkte haben für ein Bögen Wegantes, unser Freenson enjoyable, dass ich dort in Bewegung werde. Für richtig celebrates ist eine Arbeit bei einer Angebung vom Westen.